Your past, your future, your very light, you will lose everything. Fick dich! Jetzt bin ich dran. Wie du bist dran? Den Dudu. Ich hatte irgendeine Theorie. Wollte ich dir zählen, aber jetzt ist sie weg. Nice. Angriff ist die beste Verteidigung. Lag hier was? Nee, ne? Okay, wir suchen weiter noch nach Eisdingern. Ein bisschen mehr Speed. So, hier kommt nämlich jetzt gleich die Stelle mit der Kammer, mit dem... Mit dem Ding sind es Schatzkisten. Ja, genau. Boah. Okay, ich gehe nach Hause. Oh oh. Und in den Rücken. Ah! Ohohohoho, Piatsch! Gerade bei dem fucking Eisgelöt, Mann, wo wir gerade hinwollten. Du weißt, wo du Bonn feiern musst, ne? Oh. Oh. Wie, wo ich Bonn feiern muss? Wo ich hin, äh... Wo du starten musst. Nicht da, wo wir jetzt rauskommen? Hast du auch gerade... Doch, ja, stimmt, genau. Da habe ich mich ja hingesetzt. So funktioniert das, ja. Ich wechsel mal wieder... ...auf den hier. Mag ich lieber. Hey, warst du früher auch eigentlich Fan von David Hasselhoff? Nee, nicht so... Ah, so ganz früher. So, up here looking for freedom. Den Song hat meine Schwester ziemlich gefeiert. Ich habe als Kind immer mit... Be wary of dark spirit. Denn es ist still, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Das bedeutet, immer irgendwas kommt. Nee, aber ich habe gerade so ein kleines Loch. Ich dachte immer, ich trinke ja wenig Kaffee. Aber wenn ich müde bin, haue ich mir so ein Ding rein. Und es bringt mich immer auf 280. Aber nach einer halben Stunde, oder äh, nach drei Stunden falle ich mal in so ein Loch. Und ich dachte immer, das will Koffein. Aber das sind die... ...hundert Gramm Zucker, die ich da mal reinknalle. Hey, girl. Cast away. Cast away, bitch. So... Oh, dafür geht's aufs Maul. Girl. Die dumme Kuh schmeißt ein Thank you. Ey, ding, 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 you'll be a woman. Das war auch nicht schlecht. So, wie sieht's aus? Hier müssen wir, hatten wir nicht Abkürzungen irgendwie? Irgendwas? Ja, kommt aber erst noch. Die Tür hab ich doch aufgemacht. Es ist ja so auch, dass da jetzt einigermaßen viele Seelen hier umschieben. Dragon Age hab ich auf jeden Fall Bock. Wann kommt Witcher? Ja. Auch erst nächstes Jahr, ne? Ja, das verschieben die momentan recht häufig. Da gibt's wohl irgendwie Probleme. Ich geh erst mal zum Aufzug, vielleicht kommt er im Bonfire, da muss man nicht immer den ganzen Weg gehen. Ne, ich hol sie jetzt hierher, dass sie wieder in Range geht. Aufzug, wohin führt der eigentlich? Ja, bestimmt zum Bonfire. Ne Bonfire Abkürzung. Sehr gut. Oh, Bitch, hm? Oh, was auch, hm? Oh, Achtung. Diese Shadow Magic. Dunke mal wieder. Fuck you! Wir müssen Schluss machen. Und jetzt haben wir nicht die Abkürzung gemacht, weil du dich mal wieder geweigert hast. Abkürzung, was? Der Aufzug. Alter, fick den Aufzug! Da ist so ne Phantom-Tante gewesen. Die muss ich erst mal umhauen, ey. Da wackeln wir mehr. Muss man wieder da hinlaufen, ey. Ich kann da jetzt uferschnell durch. Ich spiel das Spiel durch ohne einen Kampf zu machen. Gab's noch nie. Ja. Bei allen Speedruns gab's das noch nie. Lass mich durch. Hier? Nein. Ja. Falsch. Double Pursuer. Haben wir die nicht? Ah gut. Ne, da hab ich die in meinem privaten Game schon gemacht. Du kannst dich nicht erinnern, die hast du beim ersten Mal gemacht, ne? Ne, die hab ich aber mit Hilfe gemacht. Aber ey, sollte hier nicht die Flasche sein, Alter? Äh, ja. What is happening? Na, der Comment doch nicht so schlau. Hat sich nämlich nicht resettet. Geh mal runter ins Haus, ob sich da was resettet hat. Ja, da hat, das weiß ich aus 100% dass sich da was resettet hat. Das hab ich nämlich schon mal gemacht. Aber ich weiß nicht, ob ich schon mal nochmal den Brunnen aktivieren konnte. Das hab ich jetzt auch für Skelett-Power mal zwei. Ja. War's ungewohnt, weil ich ja noch zuhause ein bisschen Lords of the Fallen spiele. Und ich bin's gar nicht... Nice! In Majula gestorben! Alter Schwede! 50.000 Seelen! Ich bin's gar nicht mehr gewohnt, Dark Souls zu spielen. Du, das glaub ich dir. Da draußen glaubst du ja auch, Lords of the Fallen dann viele gespielt haben. Und alleine die Tasten sind ja vertauscht mit Rolle und so, ne? Ja, aber auch einfach vom Timing her ist das komplett ein anderes Ding. Lords of the Fallen spielt sich viel, viel schwerfälliger. Und irgendwie wie so ein Dark Souls auf Zeitlupe. Und auch durch die komische Grafik. Es ist alles komisch bei Lords of the Fallen. Und hier ist es dann doch wieder was anderes. Da muss man sich dann doch erstmal dran gewöhnen. Und ich gebe auch zu, dass ich vergessen habe, dass die Typen ja jetzt auch NG Plus Typen sind. Und entsprechend auch anders zuhauen. So, aber... Das wissen wir schon nochmal. Die haben wir aber ganz schön reingehauen mit den Humanities, wenn wir da 50 Geschenke gekriegt haben. Wo haben wir die denn eigentlich alle verballert? Alter, was geht denn jetzt ab? Das ist der Ivory King. Da haben wir Glück. Sehr gut. Genau, mach den schnell platt. Beil dich, genau. Hau durch. Zieh durch. Zieh durch. Der muss schnellstens weg. Okay, der ist abgelenkt. Sehr gut. Oh, scheiße. Jetzt hast du Double Action. Jetzt ist es schwierig. Mach ihn schnell platt den Alten da. Jetzt hast du Zeit, der verzaubert. Doppeltrink. Das ist ja mies mit dem Pyro Typen noch. Ja. Zwei gegen eins ist unfair. Eventuell doch das Großschwert Bissi, was noch ein bisschen mehr Schaden macht. Weil man wahrscheinlich eh mal nur ein, zwei Schläge landet. Das heißt, make them matter. Make them count. Make them count. Okay, ich check noch einmal ganz kurz. Wir sind bei 63 Prozent. Aber wir haben Cat-Ring an übrigens. Cat-Ring. Kein Mensch braucht. Toll, an dem Ring lags. Was fehlt uns denn? Wir haben... Die fliegen durch die Luft, oder was? Ey! What the fuck? Alter, ist das mies. Was hat denn da auf mich geballert? Das fliegt so in die Luft, kackt da hin. Und dann kommt die Kacke angeflogen fünf Sekunden später. Die sind auch noch homing. Das sind so fiese Dinger. Ey, man sieht halt auch nix. Was? Was guckst du mies an? Bonus! Das ist super fies. Das ist echt super fies. Probieren wir weiter. Ich hab Hunger. Scheiße, ich hab noch nix gegessen. Oh, das haben sie nicht klug gemacht. Das Bonfire vor dem Ladescreen. Ja, ne? Das ist dumm. Hast direkt zwei Ladescreens. Ja, ne? Einfach nicht... Das ist einfach nicht... Einfach stumm. Ja, wir sagen es seit Jahren. Bevor ihr das Spiel rausbringt, fragt uns nochmal kurz. Vor allen Dingen, es gibt ja offensichtlich auch keinen Bonfire mehr. Och Gott ey, da geht mal einmal ins Menü, kommt gleich so ein Affen hier angerannt. Oh, du Hand. Sehr gut. Ey, dann komm ich von da her. Das gibt's ja wohl nicht. Hm. Wie viele sind denn hier? Ja, es ist noch zur Zeit der Indiana, wo die Mustangs frei über die Felder streiften. Boah, du mieses Stück Scheiße. Fick dich in deinen Missgeburten... Fick... Das war's, du... Gurgh... 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 Das ist ne fiese Stelle. Da hab ich sehr lange mit verbracht. Gurgh... 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 Ja, weil man auch nix sieht! Gurgh... 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 Das ist eigentlich n Kindergeburtstag, wenn man da was sehen würde. Gurgh... 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 Gurgh...